Mein lieber Watson, sagt er, ich kann diesen Leuten die Bescheidenheit oder die Tungen rechnen, einfach nicht zu stimmen. Für den Logiker sollten alle Dinge exakt so gesehen werden, wie sie sind, und wer sich selbst unterschätzt, ist der Wahrheit ebenso fern wie derjenige, der hinsichtlich seiner Talente übertreibt. Wenn ich also sage, dass Mikroft eine bessere Beobachtungsgabe besitzt als ich, dürfen sie annehmen, dass dies voll und ganz der Wahrheit entspricht. Dankeschön.